Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute ist für mich der schönste Tag im ganzen Jahr. Ich wünsche euch für die heutige Weihnachtszeit nicht, dass ihr so wie ich wieder erkältet seid. Also mich hat es jetzt wieder erwischt. Das war jetzt richtig scheiße dieses Jahr. Ich habe jetzt ein paar Mal Pech gehabt. Aber darüber kommen wir jetzt hinweg. Ich werde euch heute die zwei Gewinner nennen, die praktisch bei meiner Auslosung des Adventskalenders gewonnen haben. Ich werde euch das auch gerne vorlesen. Ich habe das hier auf dem Laptop abgespeichert. Welche Sprüche, also die zwei, die ich wirklich sehr sehr süß fand und auch wirklich sehr viel dazu geschrieben habe und auch einfach mega 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 sich Gedanken gemacht haben, was sie halt dazu schreiben, was in der Weihnachtszeit eben ganz besonders ist. Und ich werde euch jetzt vorab zeigen, was die zwei gewonnen haben. Es sind wie gesagt Kleinigkeiten, die entweder aus meinem Fundus entstehen oder praktisch aus den Teilen an Sachen, die ich bei der Laura praktisch geschenkt bekommen habe, für die ich aber jetzt hier keine Verwendung habe. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nur zwei Items, die ich jetzt praktisch in die Verlosungsbox reingelegt habe. Und auf jeden Fall hat gewonnen das erste Paket. Das wäre einmal ein Lippenpflegestift in Nude Kiss und zwar mit einem sanften Farbschimmer. Ich finde den sehr wichtig, gerade so jetzt zur Weihnachtszeit. Mega, mega gut. Da könnte halt da schon so ein bisschen Farbe drauf. Dann habe ich noch einmal für euch die Tropical Dream Mask. Und zwar finde ich die unheimlich gut. Ich muss sagen, momentan, also es ist egal. Also ich kann eigentlich nur dieses Teil überhaupt schminken, Leute. Also ich habe so ein cooles Augenmakeup irgendwie gezaubert, aber die Nase, das kann ich machen, wie ich will. Und ein Highlighter-Puder lege ich euch noch dazu und zwar von Wet n' Wild. Das ist von mir völlig unangerührt, nur die Farbe ist für mich jetzt doch nicht so blinding, wie ich das in Rezeption gesehen habe. Dann habe ich es auch gar nicht erst angefasst. Und gewonnen hat dieses Paket die Doris Stanojevic. Ich hoffe, das sage ich jetzt richtig. Ihr Lieben, die jetzt gewonnen haben, ich schreibe euch oft in dem Video, wie ihr mich kontaktieren könnt. Sowohl per E-Mail ist es möglich, wie auch eigentlich per Instagram. Das wäre mir auch ganz recht. Wie gesagt, ansonsten schreibt mir einfach in die Kommentare unten drunter, dass ihr es gelesen habt und schreibt mir einfach, wie ich euch am besten kontaktieren kann. Und zwar, die liebe Doris Stanojevic hat vor ein paar Tagen geschrieben, der Zauber des Weihnachtsfestes für mich ist all deine Lieben beieinander, sind gutes Essen, sich liebhaben und plaudern über vergangene Weihnachten. Natürlich sollte der Schnee nicht fehlen, aber nicht so viel, sodass die Landschaft aussieht wie ein gezuckerter Weihnachtsgipfel, Vanillekipfel. Ich fand den Kommentar super, super süß. Und wie gesagt, meldest du dich einfach bei mir und ich schicke dir dann die Sachen dann zu. Wie gesagt, es ist ein kleines Paket, aber ich denke mal so, ich finde, etwas zu bekommen ist wirklich auch sehr schön. Und wie gesagt, ihr dürftet ihr auch nicht vergessen, ab morgen startet auch meine 300 Abonnentenverlosung. Es sind zwar schon fast 400, weil irgendwie in der Zeit der Vorbereitung irgendwie doch so geknallt hat. Das ist natürlich mega, mega geil. Und jetzt habe ich nochmal einen jemanden. Und zwar der zweite Gewinner ist die Tatjana Roski. Ich schreibe euch die Namen unten rein, falls ich es falsch ausgesprochen habe. Ich liebe es, Weihnachten mit der Familie zu verbringen und die strahlenden Augen der Kids zu sehen, wenn sie ihre Geschenke öffnen. Ganz liebe Grüße, Tatjana. Natürlich grüße ich dich zurück. Und du hast folgendes gewonnen. Du hast einen Make-Matte-Lip-Lip-Top-Code. Da kannst du praktisch aus deinen normalen Lippenstiften einen Liquid-Lipstick zaubern. Hello? Focus? Yeah! Und auf jeden Fall kannst du zum Beispiel nochmal einen Lippenstift auftragen und kannst den drüber geben. Dann wird er halt matt. Das ist auch richtig cool. Das habe ich von der Laura aus dem Kalender geholt. Nur ich brauche sowas nicht, weil entweder habe ich einen Lippenstift oder einen Liquid-Lipstick. Dazwischen nichts. Dann hast du noch einen Glow & Care Nail-Polish gewonnen. Und zwar, wenn er mal zoomen würde, könntest du die Farbe auch richtig sehen. Ist das so ein ganz toller Mauve-Ton. Also ich finde ihn mega, mega schön. Und den hast du auch gewonnen. Und was ich noch da reingelegt habe, ist von BH Cosmetics eine Natural-Neutral-Palette. Und zwar eine kleine Lidschatten-Palette, die qualitativ sehr hochwertig ist. Es sieht zwar echt mega billig aus, aber die BH... Also, liebe Tatjana, das schmeißt du bitte weg, weil wer auf meinem Kanal rumläuft, darf das nicht benutzen. Das ist praktisch eine tolle Farbkombination, wo ihr eigentlich die Reihe über durch benutzen könnt. Und wie gesagt, seid die anderen nicht traurig. Mir hat der Adventskalender wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, ab morgen startet ihr auch meine große Verlosung für die 300 Abonnenten. Da habe ich auch total schöne Sachen für euch. Ich hoffe, ihr freut euch. Wie gesagt, die beiden Mädels verlinke ich euch unten in die Infobox, die gewonnen haben. Die sollen mich bitte kontaktieren, damit ich Bescheid weiß, wo ich diese Sachen natürlich an euch hinschicken soll. Wie gesagt, seid nicht traurig. Ich mache eigentlich regelmäßig kleinere Verlosungen. Wie gesagt, nach der 300 Abonnenten-Verlosung mache ich ab 500 eine richtig geile Verlosung. Da sind fette Sachen dabei, wo ihr euch echt drüber freuen könnt. Wie gesagt, ich mache mir ja immer so Gedanken. Ich habe dieses Mal 1, 2, 3 Gewinner rausgesucht, die praktisch an diesem Verlosungsspiel mit teilhaben können. Und ich hoffe, da freut ihr euch wahnsinnig drüber. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Weihnachtsabend. Genießt es, lasst euch volllaufen, esst eine Gans, esst eine Gans, esst die Gans, Gans. Und lasst es euch auf jeden Fall sehr, sehr gut gehen. Und ich habe euch lieb und ihr passt bitte ganz doll auf euch auf, damit ihr nicht so ausseht wie ich.